Willkommen zu einer Runde Badwurst wieder mal. Ähm, ja. Ich stand gerade nicht irgendwie eine halbe Minute auf diesem Process-Bawner, weil ich vergesse, ob irgendwas zu starten. Nein, nein, bloß nicht. Ähm, ich glaube Gold, äh, Eisen war hier oben. Genau, Gold. Mir wäre schon cool, aber nein, hier ist nur Eisen. Aber ist auch gut. Ah, irgendwie habe ich es gerade nicht gekauft. Ja. Ich bin gerade in eine Runde reingekommen, da dachte ich mir, nehme ich die doch mal auf, ne? So, dann holen wir uns hier ein Pferd und Kisten und zwar zwei. So. Das, 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 das. Das mache ich aus, weil da beziehe ich mich wieder selbst an. Habe ich gemacht, die Erfahrung? War nicht cool. War nicht schön. Das macht toll. Ah, na. Ich würde sagen, noch ein Lockback-Stöckchen auf zwei. Der kommt gefährlich werden, aber ich gehe erstmal zu dem mit, denn der hat mir schon so einen schönen Weg zum Gold gebaut. Deshalb, ja, warum nicht mehr? Und da fällt er auch schon scheinbar. Okay, Tückies kommt nicht, das ist gut. Das ist grün, okay. Damit ich mit ganz in Ruhe den grünen gönnen kann, das ist ja ganz schön. Ah, okay, irgendwie hat der gelaggt oder ich leckte Warte. Ich habe meinen 40er, das ist noch spielbar, das ist noch nicht lang. Und mein Bett ist gleich weg. Obwohl, nein, das war, ich bin orange. Ist nicht gleich weg. Ich dachte erst, der orange ist nicht super geworden, aber ich bin ja orange. Gucken wir ihn eigentlich nicht. Ja, komm, wir werden mal zum Türkisen. Auch wenn der ist wahrscheinlich von dem, der drüber runtergeballt wird, von dem schwarzen. Okay. So, mein Kill. Egal, ob er liegt oder nicht. Ob ich hier kein dieses Geräusch? Ja, ich mag dieses Geräusch. Jetzt habe ich mir diesen kleinen Bogen. Ne? Ja gut, was soll's. Ich möchte mir den Stärkebogen holen. Oh, ich treffe gerade keine Scheune auf zwei Meter, ne? Könnte ich mir, ich könnte mir nur eine Spitzsacke holen. Das mache ich auch mal. So. Und ich hole mir nochmal hier was ganz Gewagtes, was ich sonst eigentlich nie benutze. Rettungsplattform. Ich kaufe sie immer, aber ich benutze die. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Und ich hätte mir irgendwie ein besseres Schwert oder so holen können. Aber, pff, wir brauchen schon sowas wie Vorteile, ne? Überbewertet. Überbewertet sage ich ja nur. So. Und ich habe Hunger. Habe ich da gerade einen? Ladekringel. Gehst du bitte weg? Ich mag dich nämlich nicht. Na, ich würde den Agendo... Darf ich? Ja, dann halt nett. Dann macht halt ein ewiges Hochstick-Duell. Also, ich habe es auch gerade nicht mit Treffen, ne? Nein, ich habe es nicht mit Treffen. So, was haben wir denn mit 60? Ich könnte mit Schwert, ich könnte mir doch mal besser bogen. Ich zähle mir das gerade mal ab. 5? Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen. So. So, dafür hol ich mir jetzt das Bett. Ja, warum nicht, ne? Hey. Jetzt lief der auch noch. Ich mag das ja gar nicht. So. 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 sich total behindert anstellt, wo ist überhaupt rot? Der Rote baut schon mal hintermitte oder war es diese Geschichte, die sich da hochgesteckt hat? Nein, das war nicht diese Geschichte, scheinbar. Achso, da. Komm. Komm. Ja. So. Geh mal hier rum. Ich hoffe, dass der nicht liefst. Da ist nämlich Karchu da wohin. So, das kann man so. Okay, gut. Ich kann mich ja nicht treffen. Sei es drum. Ich verpeck' grad echt immer, auf welchen Slot ich das hab, ne? Ja. Nicht liefen, bitte nicht liefen, bitte nicht liefen, bitte nicht liefen. Okay. Ja. Und damit GG. An dich. Wird ich ein Hacker? Ich hoffe nicht. Naja, ich würde sagen, äh, das war's mit dieser Runde. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und dann, Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020